Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Naja, wir machen das jetzt jeden Monat einmal. Na guck mal, wir sind zu dritt. Kennt ihr den überhaupt? Hallo. Ja, das ist ein Kumpel, der heute einmal zu Besuch ist. Den müsst ihr gar nicht heute machen. Nein, das ist natürlich Steffen. Und warum wir dieses Video machen, es ist soweit. Es ist unser 205-Abonnenten-Special. Das ging jetzt richtig, richtig schnell. Bei uns auf dem Kanal läuft ja gerade noch das 100-Abonnenten-Special in Form der Dunwich-Kampagne. Und auf einmal sind wir jetzt schon bei 205-Abonnenten. Also einfach Wahnsinn, wie schnell das geht. Und an der Stelle möchten wir einfach nochmal Danke sagen für die ganzen Abos, für euren ganzen Input, den ihr in den Kommentaren gebt. Vielen, vielen Dank. Wolltet ihr nichts erzählen, oder was? Warum wir das Video machen, wie gesagt, wir wollen natürlich auch wieder ein Abos-Special mit euch machen. Und wir haben uns als erstes überlegt, dass wir jetzt es wagen wollen, mal unseren ersten Stream zu machen. Das ist absolutes Neuland für uns. Haben wir alle drei noch nie gemacht. Aber wir dachten, okay, das ist nochmal mehr Interaktion mit euch. Und wir haben uns, wie gesagt, überlegt, einen Stream zu machen in Form von einem Arkham Horror-Einzelszenario, wo wir uns dann einen Stream anmachen, die Decks bauen. Und wenn ihr Bock habt, schaut ihr rein und könnt dann gerne auch euren Senf zu unseren Decks geben und ein bisschen da auf einwirken. Werden wir auf jeden Fall eingehen. Und dann, wie gesagt, zusammen spielen und mit euch nebenbei chatten und Fragen beantworten, falls euch da eine Frage auf dem Herzen liegt oder sowas. Habt ihr dazu noch was? Ja, also das Ganze wird wahrscheinlich über YouTube laufen. Ja. Genauere Informationen für den Tag und so weiter, das müssen wir selbst und das noch festlegen. Aber das kündigen wir dann wahrscheinlich mindestens eine Woche vorher an, wenn wir da mal so einen Abend finden, an dem wir alle genug Zeit dafür haben. Und wir haben Bock drauf. Also, wie gesagt, du hast ja gesagt, das ist Neuland für uns. Und bin gespannt, wie es ankommt, wie es Empfinden von uns ist. Wirkt aber, glaube ich, ganz cool. Genau, und wie gesagt, wir wollen uns erstmal nochmal so ein bisschen mit der Technik da vertraut machen. Nicht, dass das dann, wie gesagt, komplett in die Hose geht. Dementsprechend Termin geben wir noch bekannt. Aber wir haben ja noch mehr vorbereitet, was wir euch erzählen wollen. Wir wollten euch nochmal aufs neuste Stand setzen, was wir gerade machen und was wir auch noch vorhaben. Aktuell läuft noch auf unserem Kanal das 100-Abonnetten-Special mit der Damage-Kampagne. Da wird dann die nächsten Tage die letzten Videos eintrudeln. Wir haben parallel jetzt schon mit der neuesten Marvel Champions Kampagne begonnen. Und ja, da wird es dann auch die nächsten Wochen dann so ein paar Videos zu der Kampagne geben. Und auch nochmal so ein paar Drumherum-Videos zur allgemeinsten Kampagne, allgemeinsten Marvel Champions. Und wir haben noch eine weitere Ankündigung für euch. Und zwar sind wir auf der Spielemesse in Essen. Die steht ja jetzt wieder vor der Tür. Und dann wird es so sein, dass wir schon Freitag hinfahren. Wir werden in Bochum übernachten. Und am Samstag, also am Samstag der Spielemesse, sind wir dann den ganzen Tag vor Ort. 8. Oktober oder sowas? Gut möglich, ja. Wir haben noch eine weitere Ankündigung für euch. Und zwar sind wir auf der Spielemesse in Essen. Wir fahren Freitag, den 6. Oktober schon runter nach Bochum, übernachten dort, weil wir eben nicht aus der Gegend kommen. Und sind dann am 7. Oktober, den Samstag, den ganzen Tag auf der Spielemesse. Genau. Und da könnt ihr zum Beispiel mal in die Kommentare schreiben, seid ihr auch auf der Spielemesse. Und falls ja, wenn ihr Interesse besteht, man könnte sich ja an einem Stand treffen. Müsst ihr mal reinschreiben, ob ihr Bock habt. Und dann vielleicht mal ein bisschen quatschen oder vielleicht auch mal ein Spiel anspielen. Lasst mal wissen, ob ihr da seid. Interessiert uns. Oder allgemein, wenn ihr uns da kennen solltet und Interesse habt, könnt ihr uns auch gerne einfach ansprechen. Wir freuen uns da glaube ich drüber. Na klar, wenn man sich trifft, dann wollen wir noch reden. Und dann haben wir aber noch eine weitere Ankündigung für euch. Und zwar haben wir uns schon länger überlegt, wir wollten uns T-Shirts machen, wo dann eben unser YouTube-Logo, wo die Board Game Rose drauf ist. Und wir haben jetzt nur eine Rohversion. Das Ganze wird so sehen, so aussehen. Das ist auf jeden Fall ein graues Shirt. Und da ist das Logo vorne drauf. Und ich habe mir überlegt, passend zum Abo-Special, wollte ich euch anbieten, dass ihr auf mein Shirt gerne eure YouTube-Namen drauf machen könnt. Das heißt, wenn ihr Bock habt, ich würde nochmal in der Videobeschreibung ein Formsumular verlinken. Da schreibt ihr dann einfach euren YouTube-Namen rein, wenn ihr da Interesse habt. Und dann kommt der mit auf das Shirt, dann ist der mit auf meinem Shirt. Dann sieht er vielleicht auch so einen Typen auf der Messe rumlaufen. Der hat euren Namen drauf. Das Ganze würde dann grob so aussehen, dass das natürlich nochmal verfallen hat. Genauso wie bei dem Logo, da wollen wir natürlich nicht den Hintergrund haben, den weißen Hintergrund, dass eben oben Board Game Rose, unser YouTube-Link draufsteht. Und darunter könntet ihr eure Namen draufhaben, wenn ihr das wollt. Wichtig ist als Bedingung, das darf natürlich gegen keine Richtlinien verstoßen. Also keine politisch motivierten Namen oder sexistischen Namen, die kommen da natürlich nicht drauf. Da gucke ich vorher und ich schaue natürlich auch, ob ihr uns wirklich abonniert habt. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass es weiter so steil aufwärts geht mit dem Kanal. Das, was wir hier gerade erleben, ist echt Wahnsinn. Und wir werden uns natürlich weiterfreuen, wenn ihr uns fleißig kommentiert. Und wie gesagt, immer fleißig die Videos gucken. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert uns gerne. Wir freuen uns wirklich über jedes einzelne Abo. Und dann schauen wir einfach mal, wo uns der Weg hinführt. Erstmal natürlich nach Essen. Das kann nichts von mir sein. Ja, bis dann. Ciao, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.